Das sind die Spiele, für die man Fußball spielt. Jeder ist auf diesen speziellen Moment fokussiert. Das gilt natürlich auch für Bayern. Das ist ein Fest. Nicht nur für die Bayern, sondern auch für uns. Und wir haben auch sehr viel Freude an diesem Spiel. Natürlich ist das Ziel, dass man sich am Ende durchsetzt und gewinnt. Aber trotzdem, man genießt es. Dass Bayern natürlich eine starke Mannschaft ist, sehr formstark aktuell, dass sie eine sehr komplette Mannschaft haben, mit Individualisten, die immer den Unterschied ausmachen können. Das alles ist uns klar. Aber wir wissen, worum es geht. Wir versuchen, unser System, unsere Spielphilosophie durchzubringen. Und dann werden wir sehen. Die Bedeutung von Messi ist klar. Er ist der beste Spieler der Welt. Er ist eminent wichtig für unser Angriffsspiel. Er ist ein Spieler, der den Unterschied macht, der immer an Spielzügen beteiligt ist, der sich immer aufopfert für die Mannschaft. Das Niveau ist enorm hoch. Es ist eine ganz starke Truppe. Aber das ist ja auch keine Überraschung. Auch wir sind eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Wir bekommen langsam unsere verletzten Spieler zurück. Und deswegen gehen wir auch mit großer Vorfreude, mit großer Lust in dieses Spiel. Und wir sind der Überzeugung, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können. Und wir sind der Absatz in dieses Spiel.